Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, habe den Rucksack vor einem Jahr für 47,42 Euro in der Farbe Kingston erworben. War anfangs etwas skeptisch, ob der Rucksack robust und bequem genug ist, da er nicht so stabil wirkt, wie ein Deuter Transalpine 25. Die Reißverschlüsse wirken einfacher, das Material dünner und der Rücken hat nur eine dezente Posterung, wobei diese beim Transport eines Laptops von Vorteil ist. Aber er hat mich positiv überrascht. Man kann viel hineinpacken ohne, dass er durchhängt, ausbeult oder beim Tragen hin und her schaukelt, da das Gewicht gleichmäßig und nah am Körper verteilt wird. In das Laptopfach passt ein 15 Notebook inklusive Tasche locker rein und drückt dabei nicht am Rücken, wie es zum Beispiel beim Deuter Graduate der Fall ist. Zusätzlich bleibt noch genug Platz für weiteres Gepäck. Praktisch sind die beiden kleinen Taschen auf der Oberseite. Eine einfache für Schlüssel und eine fließgefütterte für Smartphone oder Brille. Beide sind leicht zu erreichen und werden nicht vom Gepäck zerrückt. Die Breiten, den Nacken umschließenden Schulterträger fühlen sich anfangs etwas unangenehm an, aber geben mit der Zeit nach. Sie verteilen das Gewicht so gut auf den Schultern, dass man beim Tragen das Gefühl bekommt, der Rucksack wäre leer. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.